Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 23. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 858 und heute habe ich die folgenden Themen. Feedback, Rocket League, Galaxy Z Flip 5G, Louis Vuitton und X-Story. Und ja, er hat das böse 5G-Wort gesagt. Zuallererst möchte ich mich bedanken bei all den lieben Hörern, die sich gemeldet haben zu einem kleinen Problem, welches die Website aktuell aufbietet, auflistet, aufmacht, was auch immer. Das komplette Menü ist oberhalb des Logos und sobald ich irgendwie die Zeit finde und dazukomme, neben all den anderen Verpflichtungen, die ich aktuell noch habe, werde ich das Ganze fixen. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Es wird wieder gefixt, ich verspreche es. Ich beginne gleich mit Rocket League. Ein Spiel, das richtig Spass macht, mit dem man viel Freude haben kann, wo man quasi Fussball spielt mit Autos. Wie cool ist das denn? Ich mag mich erinnern, früher mal bei Schlag den Rab war es, glaube ich. Konnte man was Ähnliches machen. Gut, da war es ein viel grösserer Ball, aber spielt keine Rolle. Nee, der Ball ist da gleich groß. Auf jeden Fall, die Location ist ein bisschen eine andere und man kann dann viel Spass haben. Bis dahin musste man für das Spiel bezahlen, jetzt wird es free to play. Wer bis jetzt also nicht zugegriffen hat, kann es jetzt mit gutem Gewissen tun und viel Freude daran haben. Dann hat heute, wir hatten die Geek Talk News Folge aufgezeigt. Kurz vor der Folge kam noch eine News Meldung raus von Samsung, dass per Anfang August, ich glaube es war der siebte oder achte, das Galaxy Z Flip in seine zweite Runde geht. Heisst, es gibt jetzt ein 5G Modell oder wird es geben, eben Anfang August. Zusätzlich hat es den neuen oder aktuelleren Snapdragon, den 865 Plus, verbaut, der ein bisschen akkusparender ist, aber auch viel, vor allem einiges mehr an Leistung bietet. Und es gibt neue Farben, Mystic Grey und Mystic Bronze. Ich würde mich da für das Grey entscheiden und bin wirklich, ich habe es ja damals schon gesagt, wo das erste gekommen ist, im Februar diesen Jahres war es, glaube ich, extrem begeistert von einem kleinen Teil, weil es mal komplett was anderes ist. Aber das, wer mag, kann in der Geek Talk News Folge dann anhören, GT3420, glaube ich. Die kommt in den nächsten Tagen online ein bisschen länger und intensiver erklärt. Ich bin extrem gespannt auf das Teil und hoffe, ich bekomme die Chance, es zu testen und dann für euch natürlich auch ein bisschen zu berichten können. Weiter geht es mit einem ganz, ganz geilen Gadget und ich habe mich gewundert, dass da nicht schon jemand anders drauf gekommen ist. Louis Vuitton, man könnte meinen, also wenn die News am 1. April rausgekommen wäre, hätten alle gelacht, aber jetzt, nee, es ist so. Man kann sich nämlich Ohrschmuck von Louis Vuitton kaufen, das ist nichts Unnormales, aber die gibt es jetzt für die AirPods von Apple. Da kann man nämlich den Ohrschmuck dran befestigen, dann bambeln so zwei goldene XL oder irgendwas Dinger runter. Ich finde das Teil wirklich eine coole Idee. Wer ein bisschen Geld übrig hat, Weihnachten steht vor der Tür. 350 US-Dollar kostet das kleine Anhängsel für beide Seiten. Ich bin mal gespannt, wie viel schwerer das Ganze wird und ob sich das dann nicht irgendwie mehr aus den Ohren rauszieht oder nicht. Ich bin extrem begeistert. Danke vielmals Nadine für dieses kleine Gadget, was du da aufgesogen hast. Dann zu guter Letzt komme ich noch zu einer neuen App von Crosscall. Also wer kein Smartphone des Outdoor Smartphone Herstellers besitzt aus Frankreich, der kann gleich abschalten. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber auf jeden Fall diejenigen, die eben so ein Smartphone haben, die haben eine neue App, die sie jetzt laden können. X-Story, damit kann man einfach und schnell Videos zusammenschnipseln, aufbereiten für Social Media, für den Kollegen aus den Ferien oder eben aufs Balkonien, was zukommen zu lassen. Ich finde sie einfach und praktisch gemacht und warum nicht? Eben, wer ein Crosscall Smartphone oder das Tablet davon hat, der sollte sich die mal runterladen und ausprobieren. Ich werde die in den nächsten Tagen mal mit meinen Mädels direkt am Pool, weil die Dinger sind ja wasserdicht, austesten und mal schauen, was man damit machen kann. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Wenn ihr mögt, könnt ihr morgens nochmals zuhören am Freitag und dann geht's dann schon ab ins Wochenende. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.